Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Infovideo von eurem Toodoo, der hier über den Wolken schwebt. Und ich möchte euch nur kurz mitteilen, das DayZ-Abo-Treffen in Zelle, es wird stattfinden diesen Sonntag um 18 Uhr. Die IP-Adresse und Passwort werde ich wohl erst am Freitag bekannt geben aus technischen sowie Sicherheitsgründen. Aber am Freitag gibt es dann die IP sowie Passwort, dann könnt ihr euch schon mal ein wenig austoben, vielleicht ein bisschen ausrüsten. Und der Treffpunkt wird dann Wienhausen in Zelle sein. Ne, Wienhausen, ich sag's nochmal, Wienhausen. Nicht Helentor, nicht Erfilt, nicht Zelle, nicht Kleinhehlen, nicht Helentor, nicht Pipistadt, Wienhausen. Okay, gut, ja, dann schauen wir nach unten, immer noch Wolken, wird wohl noch ein paar Stunden dauern, bis ich angekommen bin. Freitag gibt's die IP, bis dahin, viel Spaß, euer Toodoo.